Ich weiß gerade zu wenig über dich. Ich stecke auch voller Geheimnisse. Wir haben eine richtig schöne Reise. Wir besuchen eine liebe Freundin, ne? Seine Babysitterin. Also von früher jetzt. Was habt ihr zusammen erlebt? Was ist eure Geschichte? Ilyason hatte einen sehr schweren Unfall. Hattest du Angst in dem Moment? Wir haben Platz für dich in dieser tollen Reha in der Schweiz. Und ich fahr dich da auch hin. Ach so, ja. Fuck. Sie hätte immer vor, sie wäre wirklich nach Amerika gegangen. Wieso? Sie hätte einfach alles machen können. Ich wusste gar nicht, dass du mal nach New York wolltest. Wollte ich mal. Ja und, warum hast du das eigentlich gemacht? Kinder sind die Hoffnung, dass sie das Beste von uns sind. Aber was ist denn sicher? Was ist für dich denn sicher? Nix. Wir haben noch eine lange Reise vor uns. Was heißt das genau? Jason, das Leben ist ein Geschenk. Raff das mal! Jason! Mama! Ich war ja nicht immer so. Warum bist du denn so unglücklich? Ja. Vielleicht, weil mein Sohn keine Tischmanieren hat? Ja. 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 Du bist wie ein Kind oder so.